Ich habe heute ein echtes Wundermittel für dich im Gepäck. Es macht fit, es macht schlank und es macht glücklich. Du bekommst es ohne Rezept, es kostet dich nichts und hat keine unerwünschten Nebenwirkungen. Ich präsentiere dir, tadaa, Bewegung. Dich regelmäßig zu bewegen ist quasi eine Lebensversicherung. Du beugst damit unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, Diabetes, Osteoporose und Stress. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein, ist aber alles wissenschaftlich bestätigt. Und ich lege noch eine gute Nachricht drauf. Du musst dich dafür nicht mal täglich im Fitnessstudio quälen. Es reicht schon ein Plus an Bewegung in deinem Alltag. Ich zeige dir, wie du mit einigen kleinen Veränderungen in deinem Lebensstil dein Aktivitätskonto ganz nebenbei voll bekommst. Effekt Nummer 1. Du schützt dein Herz-Kreislauf-System. Effekt Nummer 2. Du stabilisierst deine Knochen. Effekt Nummer 3. Du stärkst deine Immunabwehr. Effekt Nummer 4. Du hebst deine Stimmung. 150 bis 300 Minuten Bewegung pro Woche empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation allen Erwachsenen. Hört sich erstmal nach viel an. Aber wenn du das durchrechnest, sind das tatsächlich nur ca. 21 Minuten am Tag. Sollte doch eigentlich machbar sein. Tatsächlich schafft das in Deutschland aber nur die Hälfte der Menschen. Autofahren, Bürojobs, Fahrstühle und Lieferdienste sorgen dafür, dass wir viel zu viel sitzen bleiben. Bewegungsmangel spielt inzwischen in der gleichen Liga wie die klassischen Risikofaktoren Rauchen, Bluthochdruck oder Diabetes. Für Extremsitzer, die mehr als 8 Stunden am Tag sitzen, erhöht sich das Sterberisiko um 80%. Umgekehrt kannst du schon mit einem minimalen Bewegungsprogramm dafür sorgen, gesund und fit zu bleiben und ganz viele Risikofaktoren minimieren. Durch Bewegung wird dein Körper besser durchblutet, dein Blutdruck sinkt und dein Herz wird entlastet. Forschungen zeigen, dass sogar schon der tägliche Spaziergang das Risiko für einen Herzinfarkt senkt. Du stabilisierst deine Knochen, denn Bewegung regt den Stoffwechsel im Knochen an. Der Knochen wird belastbarer und elastischer. Mit regelmäßigen Trainingseinheiten kannst du zusätzlich die Knochenmasse aufbauen und so Osteoporose vorbeugen. Schon wenn du dreimal wöchentlich eine halbe Stunde zügig gehst, kannst du die Knochendichte erhöhen. Auch dein Immunsystem profitiert, wenn du aktiv bist. Regelmäßige Bewegung bringt die sogenannten natürlichen Killerzellen in deinem Körper auf Touren, die Viren und Tumorzellen bekämpfen. Zusätzlich produziert dein Körper mehr Abwehrstoffe und hält Bakterien besser in Schach. Sport macht optimistisch, gibt dir ein besseres Körperbewusstsein, steigert dein Selbstwertgefühl und reduziert Stress. Körperliche Aktivität kurbelt im Gehirn die Produktion von Glückshormonen an. Diese sogenannten Endorphine können dein seelisches und körperliches Wohlbefinden in kürzester Zeit enorm steigern. Bewegung kann sogar als äußerst effektives Mittel gegen Depressionen genutzt werden. Eine Studie zeigt, dass 30 Minuten Joggen pro Woche ähnlich gut wirken wie ein Antidepressivum. Um diese Effekte zu erreichen, musst du nicht trainieren, bis du nicht mehr kannst. Es geht auch nicht darum, dass du dir eine spezielle Sportart suchst. Die beste Wirkung bringt eine gemäßigte Ausdauerbewegung. Je regelmäßiger und je mehr, desto besser. Das macht es dir auch ziemlich leicht, dein Aktivitätskonto jeden Tag aufzufüllen. Lass doch zum Beispiel öfter mal das Auto stehen und fahr mit dem Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen. Verabrede dich mit Freunden zum Spazierengehen statt zum Kaffee trinken. Gartenarbeit kann ebenfalls ein kleines Workout sein und selbst am Schreibtisch kannst du zwischendurch deine Muskeln trainieren, zum Beispiel mit einem Terraband. Wenn du ein bisschen kreativ wirst, fallen dir sicherlich noch mehr Bewegungsmöglichkeiten ein, die du in deinem Alltag nutzen kannst. Einen Tipp habe ich noch. So ein Schrittzähler hat schon ganz viele Menschen dazu gebracht, sich deutlich mehr als vorher zu bewegen. Also, wenn ich heute noch 10.000 Schritte schaffen möchte, muss ich mich jetzt langsam mal in Bewegung setzen.